Hier seht ihr das Kulturwissenschaftliche Zentrum, kurz KWZ. Das Gebäude ist 2012 eröffnet worden, ist also das zweitjüngste Gebäude hier auf dem Zentralkampus und ist maßgeblich für die Schülerinnen der Philosophischen Fakultät da. Für uns ist es manchmal relevant, weil dort auch viele Seminarräume drin zu finden sind und auch die Bibliothek der Kulturwissenschaften dort zu finden ist, wo man einen ruhigen Arbeitsplatz finden kann, wenn das mal gewünscht ist von euch.